1 und wir sind wir reißen mal ein paar runden wort das war reichen der maur bett den Ort er hat noch und war Ich habe nämlich noch keine Scheißwaffe. Wow. Ach, herzlichen Glückwunsch. Hier wird gleich viele anfangen. Wow, nice. Sorry, Leute, aber das ist meine allererste Runde für heute. Sorry, wenn ich jetzt einfach mal komplett kacke bin im Game. Aber wie gesagt, mit meiner ersten Runde für heute bitte nicht so streng sein. Dankeschön. Genau, sie. Richtig dope. Und das ist der Lop. Richtig. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 es wird geschaffen noch egal Nein wird er nicht Doch wird er Nein Ist es von diesem Schattenpack? Hä? Willst du dir zeigen? Hä? Ja Und wie hat man die bekommen? Was? Äh Was? 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 Ich meine eigentlich Ach egal Wie meinst du das? Wie man die Pickaxe bekommen Ne, wie man die Pickaxe bekommen hat Das war, das war mit zum Pack Das war kein Pick Das war das Kind Das war das Kind Da war noch, äh Glaub ich noch ein Leiter oder Ne, noch ein Rücken Das war da drin Das war einmal der Skin und das Rücken und das war Das war Wo die Pickaxe? Ah ja, es gibt zu Ich hab mir die Pickaxe zu den Pick gekauft Aber die Pickaxe gehört zu denen Kann ja sein Kann ja sein Ey Meine Pickaxe ist unsichtbar Jetzt nicht mehr Meine Waffen sind unsichtbar Meine Waffen sind unsichtbar Die muss uns jetzt auf die Zusammenlung Let's go Lut lag Beiいつ man war immer noch mehr Ja, wir gehen Lut lag Der Lut lag Der Lut lag Der Lut lag Der Lut Leute, sorry frage ich mich mit ihm gerne, weil ich bin vor... nach stunde aufgestanden ein haupt um den mann dann war ein erzeugt ich bin zehn und 20 oder so Oh nein. Wenn man lange wach bleibt. Digga! Was ist bei dem Fall? Der ist bei mir, war er ganz oben. Ja, Fake-Noskin. Da kann man nichts anderes sagen, Fake-Noskin. Guck mal, das komplette Squad ist ein Fake-Noskin. Der ist einfach durch die Türke laufen. Der hat der Pick-Aid zwischen Einschlag. Komplett, aber guck mal, das komplette Squad von dem ist einfach ein Fake-Noskin. Nen Nen Westerbachtleuder Westerbachtleuder ich mache einfach auch Fake News Kind in die anderen dürfen da und auch komischerweise komischerweise die Fortnite-Gemann keine Fingernägel die Fortnite-Skins haben keine Fingernägel die Denimatorie ich bin der B-Boy 1-8-7 der B-Boy 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 Oh oh o T T ich musste gleich was zeigen Luca dem Stream haben wir sehen was ich ausgerüstet habe ich glaube es wird die Gegner richtig ärgern um ja noch mal Partei ein sagt aber noch nicht das okay Moin Moin Brian wie geht's Ryan guck mal Party Brian keine Ahnung pennt noch pennt glaube ich noch bei mir ist er on Ryan Brian was guck mal in die Party ich hab den neuen Tanz gewöhnt der ist vorbei guck mal in die Party und auf meinen Namen ja ist mir egal guck jetzt mal auf meinen Namen in der Party guck mal h m 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 Ich hab einem die Ehre genommen. Brian, soll ich das machen für dich? Nee, ich gehe das selber runter. Luca? St St ich habe gerade verschiedene Leute die Ehre entländen Kommerer Kommer weg obwohl er nicht bleibt ich hab zwei Leute mit dem Gewolle einfach zweimal Headshot gegeben Du bist böse Warum? Ich hatte nur 18 Minuten und sonst wäre es tot Da! 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 Hat der noch anwand? Ja, die haben ihn in die Ehren entwendet Digga! Mit einer Pistel! Mit einer Pistel! Ja, da sehe ich gerade das zu und das ist dann das ist dann jeder der weiße, der mich gefilmt hat Das ist doch das ist doch nicht mehr normal Fett, Luca warum hast du mein Tipp nicht gefinischt? Das geht aber mal so gar nicht! Das geht aber mal so gar nicht! Das geht aber mal so gar nicht! Ich habe aber mein Gefühl nicht bringt mir aber nichts! Ich habe aber mein Gefühl nicht! Das bringt mir nichts! Eismaschine, Eismaschine, Eismaschine Eismaschine Ja! Ja! So! Oh! Ja! 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 Eigentlich habe ich sie schon reingeladen, aber auch rauskommen. Er hat vergessen, äh, seinen Wunsch, was ich war, um seinen Gäxel zu machen. Ja, und kennt mich das schon, oder? Er hat noch eine Woche. Kommt der Oma an? Nee. Vielleicht noch andere Sachen zu ziehen? Er muss Zimmer aufräumen. Nach der Runde muss ich noch durchsaugen. Ich habe mein Zimmer, so wie ich mit der Hand machen kann, habe ich es gemacht. Aber ich muss noch durchsaugen. Jetzt sind wir also durchwischen. Nein. Was? Wo bist du gegolandet.. Neu? Wieso? So, mein Fran. Ich würde kurz zu verpacken, jetzt wirken. Lass mich mal ein. Ha! Wir haben da...